Man muss das Spiel halt kennenlernen. Das ist wie mit einer Beziehung, wenn du eine Frau kennenlernst. Du musst immer erst mal, man muss sich erst mal kennenlernen. Dann lernt man die schlechten Seiten kennen und dann auch die gute Seiten. Ja, Papa. Ja, einmal bitte zuhören. Nicht immer hier auf stumm schalten. Papa Gaming. Ich auf stumm schalten. Ehle? Ja, ich bin bereit. Ja, er ist ja sowieso bereit. Hab angenommen. Geil. Ich hab keine Ahnung. Da ist sie. Ich gehe ganz kurz auf Klo. Was wollen wir mit Tageszeit? Nehmen wir mal Mittag, würde ich sagen. Mittag. Oder ne, Nacht ist schon irgendwas schweres. Nacht ist gut. Gewinne mit zwei Runden. Oder einer. Nimm mal zwei. Runden dauern fünf Minuten. Das glaube ich auch okay. Ne, zehn. Ne, fünf. Ne, zehn. Ne, mit zehn Minuten. Teamleben? Hä? Zehn Leben. Achso, sonst guckt man ja zu. Das ist scheiße. Dann müssen wir tatsächlich eher fünf Minuten, würde ich sagen, und zehn Leben einstellen. Damit wir, damit nie jemand in die Situation kommt, dass er nicht, dass er zugucken muss. Ich glaube, das wäre nervig. Letzte Überlebende. Deathmatch. Oder Deathmatch? Deathmatch ist geiler. Schalte zwischen. Ja, das ist besser. Also wer zuerst. Ja, dann müssen wir nur Kills machen. Genau. Ist ein bisschen geiler. Genau. Dann macht man einfach diese 15 Kills oder was. Oder 20. Zehn Minuten, 20 Kills. Und dann ist man der König des Hügels. Schön. Feste Kamera machen wir natürlich wieder Ego-Perspektive. Das wäre so geil. Wenn doch. Wenn noch. Ja, Ego-Perspektive ist wieder aktiv, ne? Echt der jetzt? Nope. Nein, natürlich nicht. Selbstverständlich nicht. Aber in der nächsten Runde von JungtierTV. Ihr seid schon fertig. Ich fass es nicht. Ich dachte, ich bin der erste, der bereit klickt hier. Alles gut. Ihr seid schon so zwei Experten, muss ich sagen. Ich hab doch getrunken, ehrlich gesagt. Also so schnell warst du überhaupt nicht. Nicht mal richtig niederzumachen. Oh Gott. Das ist ja gar nicht mal die normale Map. Ne, genau. Die fand ich eben geil, muss ich sagen. Die war ein bisschen größer so. Macht man automatisch die Lichtsprung? Oder wie geht das? Äh, macht man automatisch. Ja, die kommt automatisch. Ich weiß aber nicht, wie man die Alten aktiviert, die man einsammelt. Mit E. Achso. Ne, mit H. Ne. Doch, ich bin weg. What the hell? Was ist das denn? Ich bin gegen die Wand gefahren, bin angehalten, bin tot, Alter. Wie ärgerlich ist das denn? Hallo? Kann man mal jemand mitführen? Habi Heinrich. Was macht man damit? Nein, was mach ich da? Oh, scheiße. Bloß nicht R drücken. Ich sag's euch, drück niemals R. Schlechtester Knopf. Mal ganz kurz R. Ich will das so gerne, dass wir alle keinen Plan haben. Ja, stimmt. Mit E macht man den Schub. Okay. Genau. E setzt du die Items ein, die du auf der Map eingesammelt hast. Ja, wir spielen alle noch sehr ruhig und gelassen, nur ich nicht. Ich bin zu gefährlich. E wie Emil aktivierst du den Scheiß, den du einsammelst. Was kommt davon? E wie Emil ist nämlich der große. Scheiße, ich hab nur Punkte. Wir gewinnen nach, entweder nach, also 10 Minuten spielen wir und mit 20 Kills. Nein. Yes. Ah. Nein, doch nicht. Ich glaub es nicht. Der hat's geschafft. Nein. Nein. Ah. Scheiße. Wie dumm. Wie du kannst entweder einen Boost aktivieren, du kannst springen. Springen ist sehr geil. Ja. Apropos. Ja. Ich bin schlecht. Ich hab Eile getötet. Ja, ja, das war Glück. Aber man kann nicht alle drei haben, oder? Scheiße. Ich bin so doll. Ich glaub du kannst nur eins immer haben. Pro, pro, zur Zeit. Also, ja. Zur Zeit ist das Richtige. Der Richtige. Ja, okay. No. Zeit ist Geld, sagst du. Also, immer das Zeitkonto voll haben. It was at this moment that you knew. Oh, ich, 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 ah, explodiert dauert. Ich könnt kotzen. Das ist, wenn du selbst momentan gehst. Alter, ich hab, ich hab mich schon viermal selbst getötet, glaub ich. Und ich spiele wie, versuche Profi aufzuspielen gerade irgendwie. Das ist echt krass. Oh, wenn man E drückt, dann macht er so einen Sound, wenn man kein Item hat. Das finde ich sympathisch. Okay. Gleich mal ausprobieren, Leute. Gleich mal ausprobieren. Setzt ihr euer, außerdem euer, außersehen euer Item ein. Jetzt schnapp ich mir Eile. Ich bin ja einsperrt. Darf man in meinen eigenen Strahl? Darf man nicht. Hat das jemand herausgefunden? Habe ich noch nicht getestet. Man darf es nicht. Ich bin ja schon mehrfach in meinen Strahl reingefahren. Achso, das ist aber nur selbst. Ich glaub, dann sind nur deine Items weg. Das ist der einzige. Warte, ich hab null von 20 Kills. Ich glaub, ich verliere nämlich den Kill, wenn ich mich selber töte. Okay. Ich glaub, ich verliere dann wahrscheinlich einen Kill, denk ich mal. Leute, es ist hier lächerlich. Wie spielen wir denn? Wie kleine Luschen. Oh nein, ich mach'n Fehler. Oh, jetzt denkt er, er kann von oben kommen, wie immer. Ne, ne, alles gut. Ne, ne, ne. Oh, nein. Da warst du voll mal lieber. Oh, ich hab' nicht, ja. Eile, das war aber auch wieder Lack. Der Typ hat viel zu viel Glück. Nein, schon wieder. Er hat so viel Glück. Man kommt ihm einfach, einfach, es ist nichts entgegen. Aber man kann echt nicht, wenn ich zum Beispiel diesen Turbo und diesen Jump einsammle und wenn ich dann E drück, was passiert dann? Denn nur das erste Item, ne? Okay. Du kannst ein Item nicht überschreiben. Ach, oben siehst du das doch auch, oder? Das siehst du doch, welche du hast, oben am Bildschirm. Ja, genau. Oben links. Das hab' ich gar nicht mehr so in der Birne gehabt. Oder im Apfel, in der Birne gehabt. Ich, ich zieh's auch gerade erst und ich sag, ja, ja, genau. Das ist geil, ja. Warum sind da Überspriche, wo ich runterfalle? Alter, das ist echt schwer, teilweise, das Ding. Ja, Leute, das ist die Rache für euer Formel 1-Rennen, ne, vorhin. Das passiert aber auch nichts. Als ihr mich einfach rausgestürzen habt. Ja, du, du. Na, traust dich? Oh nein, traut sich. Du hast ihn erledigt, denn, er ist ein Versager und kriegt dieses Spiel nicht hin. Ja. So, und jetzt einmal hier bitte hin. Kommen Sie, folgen Sie. Oh, der scheiß Mann. Echt, wenn du gegen die Wand fährst, bist du gefährdet. Auf jeden Fall. Das steht fest. Alle auf einem Fleck hier. Es ist schön. Oh, scheiße, ich hab'n Fehler begangen. Nein. Nein. Oh, oh Gott. Oh Gott, war das knapp. Ich war zwischen euren Linien, ey. Meine Güte. Mal, was mich keiner traut. Na, was denn? Ach, krass. Ich hab' eben grad mal... Oh. 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 Ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt. Nein. Oh. Schlepp, Matthias. Oh, ich bin eigentlich... Ich hab grad die Map geöffnet. Einfach Escape und dann die Map anglotzen, wo wir überhaupt uns befinden. Das gab's interessant. Oh, Gott. Zeit, die euch das trauen. Ja, hab' ich doch eben auch gehabt, als wir uns begegnen waren. Ach so. Nicht rückwärts fahren. Nicht rückwärts fahren ist dein Tipp. Das ist alles... Ist das alles, was du hast? Ah, okay. Na gut, ist aber nur Selbstmord, oder? Ja. Ja, Selbstmord hat einen Killback. Das ist schon sehr... Ist schon schlecht. Ninja, du bist orange, oder? It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh, ich hab' mich hingeguckt. Nein, es zählt nicht. Nein, es zählt nicht. Hallo. Hallo. Was? Verlebt man keinen Kill? Das ist ein Kill besser. Doch, das Wankel ist... Ne, aber verlebt man nicht den Kill, wenn man stirbt, Selbstmord begeht? Null. Jaaaa! Oh, El 0. Hör doch, es tut. Ich dachte da. Jaaaa. Ach du Scheiße. Selbstmord ist... Verlust. Ja, da machst du... El, ich werde dich rächen. Mir geht der Typ auf die Nerven. Das ist nicht mein Modus. Jaaaa. Oh! Hä? Der Jump ist ja richtig für'n Arsch! Spring ist sehr geil. Jump ist ja richtig für'n Arsch! Du hast die Kill-Serie? Oh, geil! Lachschert! Ich bin über das Ding rüber gesprungen, da springt der nur einen Millimeter hoch. Was ist das denn? Das bringt ja gar nichts, das Ding. Das bringt ja gar nichts. Ich wollte ganz cool über deine scheiß Linie rüber springen, Mann. Ja, dieser Jump ist gar nicht so geil, wie man denkt. Der ist komplett eigentlich useless. Ich seh eh nur noch in die Wand treten! Lass mich peen in den da schon wieder! Ich krieg's nicht hin. Ja, das ist aber auch nervig. Oh Gott, war's knapp! Dieser Jump ist so schlecht! Der Jump ist schlecht. Ich hab den noch nicht einmal gehabt. Der ist immer ne Reichenstelle, glaub ich. Ja! Ja, sauber! Oh Gott, ich fall lieber woanders hin. Das wird zu gefährlich mit euch beiden da. Ich hatte echt die Linie des Lebens gezogen, ey. Mir fällt grad auf. Es ist scheißegal, wie oft man stirbt. Scheiße, das musst du dir mal angucken im Hintergrund. Oh Gott, als ob du da rüber gesprungen bist. Es ist scheißegal, wie oft man stirbt. Hauptsache, man killt die anderen. Ach, Danger will wieder ne Packung abhaben. Doch, weiß ich nicht. Da kommst du nicht vorbei an meiner Linie, ne? Boah, Scheiße! Ja, der kommt davon! Was war das? Alter! Ist das schön, wenn ich dich... Alle tot gerade, ne? Keiner auf der Map einfach. Ja, das ist schon nicht schlecht. Doch, es ist sehr schlecht. Ich hab dich an die Linie gezogen. Self-Destruction Man. Wie hast du gerade Self-Spot gemacht? Ich dachte, ich mach das die ganze Zeit nur die Fehler. Boah! Alter, ich bin auf dir drauf gefahren! Alles gut. Aber ganz richtig, diese Items sind für'n Dreck. Ja, das ist natürlich nur ein Versuch, Ron Rocks da mal ein bisschen innovativ zu sein. Ganz klar. Ja, komm! Oh, ich bin mutig. Oh, da sehe ich, dass du... Hm. Wenn du mutig bist, gehst du zur Lieder in den... Ja, war ich. War ich ja schon. Ich bin direkt da durchgefahren. Das kannst du dir alles in der VOD angucken, du kleines wahren Parzenschwein. Echt? Ich bin direkt an den Linien. Oh, nee! It was at this moment. Woah! Wie bist du da rübergekommen? Ich fass es nicht! Ihr macht auch noch Selbstmord. Ihr seid Selbstmörder. Jetzt. Ihr sollt nicht Selbstmörder sein. Ihr sollt euch gegenseitig umbringen. Oh, nein. Muss ich euch das doch zeigen. Muss ich euch das erst beibringen. Oder wie? So, den Jump erst mal verbrauchen. Den braucht eh keiner. Der Jump ist Müll! Der ist eher selbst... Der bringt dir... Ja, genau! Du machst dich... Das ist ein Hindernis! Ja! Danke! Danke! Bitteschön! So, Ehe... Wir spielen ja immer hinter dem gleichen Team. Ehe, kannst du noch? Ah, nee, machen wir nicht. Oh nein, ich hätte dich einsperren müssen. Ich muss dich einsperren. Wenn du Ehe nerven, dann komm ich mal mit. Das werde ich nicht tun. Du hast mit dem Mann verkackt. Ja, ich hab's richtig verkackt gerade. Das hat mich immer geärgert. Scheiße! Alter! Du musst echt nur im Hinterrad darauf. Dann geh das! Den Geil da! Scheiße! Scheiße! Das war der Turbo-Gut-Ele! Alter! Ich setze euch beiden noch zu. Alter, Engle! Du hast Null? Ja, vom Selbstmorden. Der Selbstmord ist halt Null! Echt jetzt? Also das Selbstmord ist doch scheiße! Das ist für den Arsch, ja. Okay. Du hast dich auch einmal selbst umgebracht. Einmal, glaub ich, ne? Ah, die Rundenzeit könnte ein bisschen länger sein. Aber, nee, eigentlich nicht. Lieber mal unterschiedliche Maps, würde ich fast sagen. Ist doch gar nicht gut, oder was sagt ihr? Ja, ich glaub, Ehe, Maximo ist eh nicht, oder? Tschüss! Tschüss! Ja, lass doch mal so ein normales Rennen fahren! Tschüss!